ladies und gentlemen hallo und herzlich willkommen zur zweiten aufnahme session von the long dark und somit aktuell zu folge nummero vier wir sind hier immer noch in unserer wunderschönen hütte ich weiß auch mittlerweile durch den ladebildschirm dass wir auf der karte wolfsberg sind das klingt auf jeden fall unglaublich vertrauenswürdig ja das hatten wir hier schon alles durchsucht beim letzten mal genau was ich machen wollte ich wollte erst mal in unser inventar gehen und mal gucken wir haben ja ziemlich viel klamotten gefunden ob wir hier nicht noch irgendetwas benutzen können irgendetwas besseres haben irgendeine auswahl was bedeutet dieses plus wieso stehen hier so plus zeichen dran ok hier haben wir keine auswahl wir haben anscheinend gar keine hosen so wirklich gefunden wir haben nur hier quasi eine auswahl das sieht aber auch nicht wirklich so viel besser aus ich glaube ich habe schon letztes mal so ziemlich das beste angezogen was wir hier zu bieten haben das ok hier können wir auf jeden fall nix mehr besser machen wir sind aktuell echt ja verhältnismäßig gut äh ausgerüstet das bedeutet ähm wenn ich jetzt mal so in unser inventar gehe und mal die kleidung hier nehme die die wir nicht anhaben die können wir dann ja theoretisch auseinandernehmen sehe ich das richtig für stoff oder so damit wir unser unsere andere sachen ähm zerlegen ich würde es gerne zerlegen 45 minuten ich kriege einmal stoff raus ok wir zerlegen es damit würde ich nämlich gerne anfangen dass wir die klamotten die wir nicht brauchen ähm zerlegen für stoff äh damit wir unsere klamotten die wir haben so weit reparieren können dass wir äh quasi draußen rumlaufen können ohne uns wirklich fürchten zu müssen dass wir erfrieren ähm und wir haben hier echt einiges was wir einfach mal so zerlegen können wir haben ja zum glück äh nähzeug und so weiter das ist ja alles gar kein problem so das hier das können wir auch zerlegen kriegen wir auch wieder schon stoff raus das mache ich doch gleich mal so dann hätten wir noch dieses gute stück hier kriegen wir auch einmal stoff so wenn wir in den heutigen tag ziemlich viel in der hütte verbringen habe ich so das gefühl so das ding können wir auch mal zerlegen ich höre draußen schon wieder ein wolfsgeheul das ist natürlich sensationell so das hier brauchen wir auch nicht wirklich schön zerlegen der ruhscher freigeschaltet doppelt gemoppelt ah ja so das hier haben wir dann scheinbar auch nicht an so wie es aussieht dann sollte ich zwischendurch natürlich mal wieder ein bisschen was trinken so wie viel wasser haben wir denn oh wir haben gar nicht mehr so mega viel sehe ich gerade okay wir trinken mal etwas haben wir dann noch was über ich hoffe mal ja wir haben noch ein ganz klein bisschen was über nicht so sonderlich mega mäßig viel ich würde mal sagen ich knall mir diese salzcracker hier rein die werde ich jetzt einfach mal essen so und dann kann ich diesen kleinen mini rest hier auch gerade noch auftreten auftreten können so das heißt wir müssen gleich auf jeden fall wieder feuer machen das lässt sich wohl nicht verhindern aber wir haben da noch so ein bisschen was zu zerlegen würde ich mal meinen dann können wir das ja auch noch zerlegen keine sorge wir haben es ja gleich geschafft es kann sich nur um tage handeln bis ich hier alles zerlegt habe so und das ding noch dann sind wir durch so dadurch sparen wir auch mächtig mächtig an gewicht wir sind aber trotzdem noch ziemlich ziemlich voll ja das ist durchaus einiges zwölf mal haben wir jetzt was okay so in diese klappe können wir 40 kg reintun kann ich ihnen dieses regal auch was rein tun nö ich kann das nur auseinander nehmen wie viel passt in diese schublade rein 5 kg okay dann habe ich da draußen wieder einen wolf gehört dann werde ich auf jeden fall diese bodenklappe quasi als unser lager nutzen aber zuerst mal gucken unsere klappen die wir an haben die sehen eigentlich recht gut aus unser schal also der der geht ja mal gar nicht also da 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 müssen wir dringend was tun reparieren brauchen wir einmal stoff zu 30 min erforschung 70 prozent ich würde mal sagen wir versuchen unseren unseren schal zu reparieren mit dem mit dem nähzeug hier so 70 prozent das müsste ja eigentlich hinhauen würde ich jetzt mal so vermuten okay 86 prozent na super so ähm unsere thermo unterwäsche die könnte auch mal dringend repariert werden ich würde mal sagen so sei es wir haben jetzt mehr als genug stoff so hat auch funktioniert ist bei 60 prozent unsere unsere socken die haben natürlich auch schon mal bessere tage gesehen ich würde mal sagen dem widmen wir uns als nächstes dem widmen wir uns als nächstes was nicht funktioniert ist fehlgeschlagen okay mit socken haben wir es anscheinend nicht so wir versuchen uns mal bei dem bei den handschuhen da brauchen wir getrocknetes leder für ähm wir haben einmal getrocknetes leder das heißt ich würde es einfach mal probieren komm schon sehr gut 71 prozent so dann versuchen wir uns noch mal an den socken versuche nummero 2 100 prozent jawohl das sieht doch gut aus so jetzt habe ich gesehen wir sind wir sind durstig wir sind schläfrig wir sind nicht wirklich hungrig ähm wir müssten mal wieder ein bisschen schnee schmelzen ne ähm sieben minuten das ist natürlich nicht wirklich viel brennzeit eine stunde ähm wir versuchen das mal ich müsste mal wieder ein bisschen schnee schmelzen und abkochen dass wir wieder richtig geiles trinkwasser haben weil wir sind durstig und wir haben kein wasser mehr darum sollte ich mich jetzt mal kümmern so komm schon komm schon ich glaube zu essen haben wir nur noch einen energieriegel und ganz viele salzcracker das ist natürlich auch nicht so dass das gelbe vom all das heißt wir müssen auf jeden fall bald mal wieder angeln gehen draußen jawohl das ist es schnee schmelzen ich würde mal sagen wir schmelzen mal einen liter so und dann würde ich mal sagen werden wir diesen einen liter auch gleich mal kochen gut so ich würde mal sagen ähm ein käffchen ein käffchen komm wir machen uns mal ein käffchen wir machen uns mal ein käffchen das haben wir uns verdient so ach ja hat ja doch ein bisschen was romantisches ne dann würde ich mal sagen dann würde ich mal sagen ein schönes käffchen so wir sind ein bisschen schläfrig wir müssen aber noch was tun denn ich bin hiermit noch nicht wirklich zufrieden wie viel leder haben wir noch wir haben noch acht leder damit kann man noch arbeiten zum beispiel der wollpullover den kann man doch auf jeden fall reparieren habe ich gehört dieser wollpullover das dürfte doch wohl machbar sein und jawohl 100% ja das will ich sehen so dann machen wir noch den dicken den werden wir auch mal reparieren und go so ich möchte auf jeden fall wesentlich besser geschützt da rausgehen in die zukunft 100 100 jawohl die jeans bei 93% ähm die skijacke 64 da geht auf jeden fall noch was ähm da brauchen wir zweimal stoff für um es zu reparieren das dürfte aber kein Problem sein ich versuche es sehr gut so bei 94% jawohl so die thermounterwäschung können wir die noch ein bisschen weiter reparieren können wir natürlich ja das kostet alles so viel zeit aber es muss sein es muss sein wir haben es auch mittlerweile nachts sehe ich gerade wir sind auch relativ müde haben heute natürlich nicht so viel geschafft 99% sehr gut unsere Wollmütze wie sieht es denn damit aus können wir einfach mal nachts reparieren und sie ist bei 100% jawohl so wie viele Leder haben wir noch noch zwei stück noch zwei stück noch zwei stück was wäre am sinnvollsten ich weiß es nicht der schal vielleicht ich versuche mich mal an dem schal so und er ist bei 100% so ein stück haben wir noch hierfür brauchen wir bestimmt hierfür brauchen wir sogar beides wie viel bräuchte ich jetzt zwei was können wir denn nochmal auf 100% bringen ich glaube das spare ich mir so dann würde ich mal sagen so ein paar salzcracker die gehen noch so dann würde ich mal sagen wir geben mal acht stunden pennen dann dürft ihr auch wieder bei 100% sein wir sind durstig wir sind gerade hammerhart am verdursten das ist natürlich nicht so schön würde ich mal meinen so wir können uns fehlt Zunder scheiße wir können kein oh fuck wir brauchen Zunder scheiße hä aber ich konnte doch ohne Zunder auch schon mal Feuer machen ähm wir sind wir sind ja am verdursten das ist jetzt scheiße ähm 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 ich brauche irgendetwas worauf woraus ich Zunder kriege 99% oh shit oh shit hä ich war mir 100% sicher dass ich auch ohne Zunder was machen konnte was sind denn diese diese Stöcke die Stöcke zählen nicht als Zunder ähm oh ne nicht im Ernst oder aber ich konnte doch ich konnte doch ohne Zunder Feuer machen wieso geht das denn jetzt nicht mehr ok wir haben ja wir haben ein Problem wir haben nichts mehr oh shit ey wo kriege ich denn Zunder ähm wie voll bin ich ich bin halbwegs voll ähm shit ey ok ich muss ganz schnell einiges ablegen ähm alle umlagern ja hier komm alle umlagern so kaffee und Tee kommt hier komplett rein beef jerky haben wir noch so die kommen hier auch rein shit wir brauchen kann ich das Bett zerlegen ich kann das Bett nicht zerlegen ich brauche verdammt was was war denn nochmal Zunder ok ok jetzt habe ich ein Problem woher kriege ich Zunder kann ich das irgendwie zerlegen ich konnte doch ohne Zunder Feuer machen das habe ich doch das habe ich doch in der letzten Aufnahme Session gemacht ok dass wir unsere Klamotten repariert haben hat jetzt nicht so viel gemacht oh Gott scheiße ich werde sterben ich brauche Zunder habe ich hier noch irgendwas übersehen wo kriege ich denn jetzt Zunder ich habe keine Ahnung wie ich das jetzt machen soll was gilt denn jetzt als Zunder wieso kann ich denn nicht solche Stücke hier als Zunder benutzen hier liegen doch so viele Stickys im Zweig kann ich in drei Stücke umwandeln wieso kann ich denn nicht diese Sachen hier benutzen Scheiße ok 98% wir brauchen dringend trinken shit 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 wir brauchen ein Zeitungsbündel oder irgend so nen Scheiß wir können ohne Zunder tatsächlich ah das ging doch kam irgendwie ein ein Update raus das geht echt nicht ich kann echt ohne Zunder das ist ja das ist ja bescheuert ok es wird hell ähm was soll ich jetzt machen ich darf nicht sehr weit weg ok ich werde wahrscheinlich gleich sterben scheiße scheiße Zunder ich war mir hundertprozentig sicher dass ich ohne Zunder Feuer gemacht habe ich bin unterkühlt und ich bin am verdursten scheiße ey wir haben zwei Tage überlebt wir haben zwei Tage überlebt und es wird wahrscheinlich auch nicht sehr viel länger sein ich kletter mal hier hoch ich hoffe ich finde hier etwas ich höre einen Wolf ich höre einen Wolf ähm ähm hehehe ok ähm ich geh mal woanders lang ich geh mal in die Richtung hm Zunder kann ich nicht irgendwie das hier auseinander nehmen für Zunder kann ich nicht irgendwelche Blätter verwenden äh verwenden irgendwelche Sträucher hier da da ist doch so ein Gestrüpp kann ich das nicht verwenden ähm sind wieder Stöcke kann ich damit vielleicht irgendwie Feuer machen ich meine ganz ehrlich wenn man Holz und Anzünder hat dann kann man Feuer machen man braucht nicht zwangsläufig irgendwie Zeitung um äh um Feuer zu machen also so funktioniert das ja auch nicht shit ey ich habe das Spiel unterschätzt ich kann wieso wieso kann ich das denn nicht machen das geht echt nicht wieso kann ich denn da das müsste doch jetzt gehen eigentlich wieso geht das denn nicht mehr das ging doch letztes Mal noch shit ich werde sterben hm ok meine einzigste Hoffnung ist dass ich jetzt irgendwo hinlaufe und durch Zufall irgendwas zu trinken finde und ein neues Haus ansonsten werde ich sterben heute wirklich eigentlich verarschen jetzt kommt da schon wieder der Bär an ok wir werden sterben wir werden so was von sterben Also ganz ehrlich, wenn ich ein Buch hätte, Holz und Brennanzünder, dann kriege ich ein Feuer zustande. Da brauche ich nicht zwangsläufig irgendwelche Zeitungen. Verdammt, ey. Okay, was muss ich denn machen, um Zünder herzustellen? Es kann doch nicht sein, dass man das finden muss. Dann kann man ja echt nicht lange überleben. Tja, 81% finden wir durch Zufall irgendwie Wasser und Zünder. Und dann natürlich noch eine Stelle, wo wir es warm haben. Ich renne, solange wir noch rennen können. Wir sind unterkühlt, wir verdursten, wir sind nur noch bei 79% live. Ich muss jetzt irgendetwas richtig geiles finden, sonst bin ich tot. Okay, komm. Wir nehmen die Schlucht diesmal in die andere Richtung. Vielleicht finden wir ja was richtig geiles. Ich brauche auf jeden Fall was zu trinken und ich brauche Wärme. In was für einer Form auch immer. Dann zeig mal, was du so drauf hast. Kann man hier hoch? Hier ist doch was. Hier ist nichts. Ja, 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 ja. Dann werde ich hier in dieser Schlucht sterben. Es könnte sein. Also wenn am Ende dieser Schlucht jetzt nichts total episch ist, es ist irgendeine neue Hütte oder so mit was zu trecken, dann bin ich richtig halt am Sack. Das ist jetzt ein Scherz. Ich wollte mich verarschen. Kann ich hier vielleicht in eine andere Karte? Loll. Jo, was machst du denn? Leichte Prellung, verstauchter Knirr. Oh, shit, ey. Ja, geil. Jetzt ist er hier diesen kleinen Mini-Abhang runtergestrauchelt. Jetzt habe ich eine Prellung, einen verstauchten Knöchel. Das heißt, ich kann auch nicht mehr rennen. Ach, ja. Wir werden in dieser Aufnahme-Session auf jeden Fall sterben. Besonders nach dieser Pleite jetzt. Ich werde jetzt ein bisschen Erst-Aid brauchen. Soon. Ja, ja, First-Aid kann ich dir geben, mein Freund. Ja, geil. Ich habe auch nicht das Richtige für dich dabei. Sehr gut. Sehr gut. Unterkühlt am Verdursten. Verstauchter Knöchel. Eine Prellung. Ach, ist das nicht herrlich. Dieses Spiel ist gnadenlos. Ich glaube, der Wolfsberg, wo wir gerade drauf spielen, das ist auch eine recht schwere Karte. Ich dachte echt, am Ende der letzten Session, wir sind mega gut aufgestellt. Tja, nur dann kam die Geschichte mit, man braucht Zunder, um Feuer zu machen. Mit Holz, Büchern und Brennspiritus kriegt der gute Herr hier kein Feuer hin. Nein, er braucht auf jeden Fall auch noch Zeitungspapier oder sowas. Also, so geht es nicht. Ohne Zeitungspapier kann man nämlich gar kein Feuer machen. Das weiß man ja bekanntlich. 57 Prozent. Wir müssen jetzt irgendetwas finden. Ich weiß nicht, wo ich Zunder herkriegen soll. Ich meine, diese komischen Bündel oder diese Zeitung, das sind ja Zunder. Aber ich überlege ehrlich gesagt schon im Hinterkopf, wie die nächste quasi, nennen wir es Season, da mal aussieht. Ich gehe mal in diese Richtung. Vielleicht finden wir da ja was. Ich habe auch gesehen, dass wir jetzt zwei Prozent der Karte erkundet haben. Ein paar Hagebutten. Jawohl. So, wir kommen von da. Das heißt, wir gehen nach da. Ein paar Hagebutten. Ach ja. Wenn man schon stirbt, dann doch bitte mit ein paar Hagebutten. Ja, aus diesen ganzen Stöckern kriegt der gute Herr leider kein Feuer. Hier liegen Sachen. Hier liegen noch mehr Flugzeugteile. Okay. Lut-Fragezeichen? Trinken-Fragezeichen? Raume ich. Hallo. Okay. Schmerzmittel, das ist gut. Okay, 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 okay. Ich will nicht sterben. Lampenöl. Ja, ich brauche was zum anzünden, Freunde, scheiße, das bringt mir nicht so wirklich was. Okay, Schmerzmittel, hä, wieso kann ich den Schmerzmittel jetzt nicht nehmen? Hä? Ich habe doch Schmerzen. Habe ich irgendwie einen Bug oder so? Ich glaube, unsere eine Säge ist kaputt, aber wir haben ja noch eine zweite. Komm schon, find was zu trinken. Ist es, ist es was zu trinken? Hier, ja, wir müssten eigentlich auch, ja, super essen, ja, wow, genau das, was ich nicht brauche. Freunde, ich brauche trinken, ne? Benötigt Blügensäge. Habe ich doch. Ich hatte doch zwei. Ich kann das nicht aufmachen. Da könnte die Rettung drin sein. Ich kann das nicht aufmachen. Scheiße. Ähm. 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 Aktion. Nein, ich will die nicht zerlegen, ich will sie reparieren. Nein, nein, ernsthaft jetzt. Ich hatte doch zwei. Tja, das war's. Ich krieg das nicht auf. Oh shit. Starke Prellung. Und meine Kleidung ist kaputt. Wir haben den Wolf abgewehrt. Wir haben den Wolf abgewehrt. 19 Prozent. Alter. Ähm. Ja komm. Mach. Wir werden eh sterben. Da rennt der Wolf. Genau in die Richtung, wo wir hin müssen. Ich versuche zurückzukommen und unsere Säge zu reparieren. Das werden wir aber vermutlich nicht schaffen. Das werden wir aber vermutlich nicht schaffen. 16 Prozent. Ach, wir können ja gar kein Feuer machen. Das heißt, wir werden erfrieren. Okay. Mithilfe dieser Pfirsiche können wir noch ein bisschen überleben. Nur wir können es auch gar nicht mehr wirklich aufwärmen. Scheiße. Ich muss zurück zur Werkbank, die Sägerepperin, und hoffen, dass da irgendwie Zunder oder so drin ist im Letzten. Noch lebe ich. Schaffe ich es überhaupt noch rechtzeitig zurück? Ich weiß es nicht. 14 Prozent. Das könnte verdammt eng werden. Wenn ich doch nur rennen könnte. Wir können vielleicht noch diesen Tag überstehen mit den Pfirsichen, aber nicht länger. Wenn jetzt der Bär ist, ich kann den nicht umgehen. Leiden unter Kühlung. Wenn ich doch nur rennen könnte. Ich schaffe das nicht mehr. Ich werde sterben. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Mit 10 Prozent schaffe ich es nicht mehr. Das war's. Wir sind tot. 9. Das schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Kann ich doch irgendwas hier nehmen? Irgendetwas? Nee. Das war's. Bär. Rette uns. Bevor ich sterbe, will ich auf jeden Fall noch einmal Beef Jerky gegessen haben. Und noch einen Energieriegel. Und noch einen Energieriegel. Na komm. Schaffe ich das noch? Wenn ich schon sterbe, will ich mit vollem Magen sterben. Ich hab's versucht, aber die Map war zu schwer. Ah. 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 Na Bär. Ah. 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 Du bist eins mit der langen Dunkelheit geworden. Ich habe knapp drei Tage überlebt. Das Tabu überhaupt brauche ich nicht speichern. Tja. Das war's mit The Long Dark. Ich habe das Spiel ein klein wenig unterschätzt, kann man sagen. Also. Ich war mir echt sicher, dass ich in der ersten Aufnahmesession ohne Zunder Feuer gemacht habe. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass man das so machen kann. Und dass ich das auch schon mehrmals so gemacht habe. Wieso das jetzt nicht ging? Also entweder meine Erinnerungen, die haben mich jetzt total getäuscht. Also ich bin hundertprozentig sicher, dass ich das so gemacht habe. Ja. Und das war quasi mein Untergang. Ich hatte nichts mehr zu trinken. Hm. Das würde ich extra gerne nochmal nachdenken. Ich bin mir echt hundertprozentig sicher, dass ich ohne Zunder Feuer gemacht habe. Tja. Okay. Also merken. Zunder ist wichtiger als alles andere, weil mit Holz und Brennmaterial und so kriegt der Typ kein Feuer hin. Nein, er braucht auf jeden Fall eine Zeitung. Denn ohne Zeitung kann er nie Feuer machen, egal wie viel Papier, Holz oder Benzin er hat. Ohne Zeitung geht gar nichts. Vielleicht ist er irgendwie Bild-Zeitungsleser und denkt, man braucht das irgendwie. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ähm. Schön, dass wir am Ende noch das andere gefunden haben. Ja. Wenn unsere Säge... Na gut. Selbst wenn unsere Säge nicht kaputt gegangen wäre, wir hätten es ja nicht mehr zurückgeschafft. Ähm. Ich werde auf jeden Fall in Belde noch eine zweite Runde starten. Ich denke mal, ich werde wieder eine zufällige Karte nehmen. Ähm. Ja. Wenn wir wieder hier landen sollten, dann werde ich halt nochmal eine zufällige nehmen. Also ich will auf jeden Fall das nächste Mal woanders starten. Aber ich nehme auf jeden Fall wieder zufällig. Tja. Schade, dass es vorbei ist. Ich hoffe, das nächste Mal läuft es besser. Ich werde auf jeden Fall aus meinen Fehlern lernen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.